Ja, das war so dumm. Mutti! Was ist hier passiert? Stuhl! Nein! Nein! Oh, ich bin getroffen! Nein! Sag mal, Jules. Leben wir jetzt eigentlich in Leipzig am Meer? Lust ist irgendwie salziger geworden. Wir machen jetzt ein Make-up-Tutorial. Ah, alles von meinem Auge. Was? Das war dumm. Ellbogen in die Ritze und sowas. Geht's dir gerade? Nein! Aaaaaaah! RIP, ey! RIP alle! Milan ist manchmal ein dummer Trottel. RIP, ey! 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 Leute, einmal mit Profis. Willst du mich verarschen? Treffen darfst du auch, ne? Wat? Ja moin. Boah, erstmal schon einen Kick in die Presse. Alter. Einmal mit Profis, Leute. Einmal mit Profis. Boah, die natze ich jetzt mal. Die Roller war weg. Hier hat's Maul. Woohoohoo! So geht das, Boys. So geht das, ja? Ja, ich schäme mich auch. Gut, lass los machen. Lass los machen. Leute, genug fürs Zuschauen. Oder heils! Hashtag dünn. Hashtag sehr dünn. Aber ich kenne da nichts für. Ich kenne da gar nichts für. Ja.